Sie gehören zum Bürgeramt. Die Oliad, Berliner sind da, die Oliad, wie wunderbar. Die Oliad, Berliner sind da, die Oliad, wie wunderbar. Die Oliad, Berliner sind da, die Oliad, wie wunderbar. Die Oliad, Berliner sind da, die Oliad, wie wunderbar. Die Oliad, Berliner sind da, die Oliad, wie wunderbar. Die Oliad, Berliner sind da, die Oliad, wie wunderbar. Die Oliad, Berliner sind da, die Oliad, wie wunderbar. Die Oliad, Berliner sind da, die Oliad, wie wunderbar. So weit sind wir noch nicht. Ja, folgende Nachricht von Veolia. Veolia scheint nicht unvorbereitet gewesen zu sein. Veolia hat sich verbarikadiert. Die Fahrstühle sind gesperrt und Veolia empfängt nicht. Das nehmen wir zur Kenntnis. Wir haben mit freundlichen Brücken unser Flugblatt überstellt und sind sicher, Veolia wird noch von uns hören. Aber die Räume werden für uns in Familien angeboten. Die Empfangschefin hat uns am Tränen gesagt, die Fahrstühle sind heute gesperrt. Sie hat die Aufgabe, niemanden hochzulassen und hat oben angerufen. Und Frau Lauterschreck ist dir scheinbar der Telefonhörer aus der Hand gefallen und sie kam nicht runter und haben gesagt, euch lassen wir nicht stehen. Auch Veolia können wir lange warten. Wir sind viel mehr, als Veolia glaubt. Ja? Also, Veolia, eure Stunde ist gekommen. Vielleicht sind wir schon unbezogen nach Frankreich. Dann danke ich euch vielmals für eure Beteiligung und damit ist die Kundgebung und die Demo offensiell beendet. Schilder an. Wo bringen wir die Schilder an? Hier bei uns. Hier abgeben die Schilder bitte. Ja, danke. Vielen Dank.